Also ich würde jetzt vorschlagen, das sind eins, zwei, drei, vier Abschnitte, ja? Du liest einen, ich liest einen und die beiden lesen auch, ok? Ok. Wir haben uns in der Welt, in der Zion und in der Jerusalem und in der Israel-Johan gebeten, in der Israel-Johan gebeten, in der Welt und in der Welt und in der Israel-Johan gebeten und die Mensch, die uns gebeten, die uns gebeten hat, die uns gebeten hat. Amen. Dann hab ich Bonklef frequency, O Herr, an deinem Land, und lass ihm deine große Güte angedein, dass Tau und Regen kommen zu ihrer Zeit, zum Segen der Erde, auf dass die Berge und Tela davon gesättigt werden und alle Pflanzen davon tregen können. Amen. Ich bin der Gott von der Erde und bin der Gott von Israel und der Mensch, der wir uns, und der ihr euch, und der ihr euch, und der ihr euch. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Bäumchen wird dann noch behandelt. Das ist so ein hübsches Bäumchen. Bevor wir zurückfliegen, können wir nochmal gießen.